Ziemlich viele Züge ausgefallen, aber da ich den Navigator hatte, war das kein Problem. So musste ich früher fahren, zwei Stunden früher, damit ich das überhaupt hier hinschaffe. Sie kamen eine Minute zu schwer, da war gut. Hat alles geklappt, ja. Aus Erkelenz mit den RX, also den nicht von dem Streik betroffenen Zügen. Ja, es ging ja jetzt doch ganz gut, ansonsten muss man ja immer auf die Züge warten, ob die jetzt streiken oder nicht, ist ja regelmäßig immer Verspätung und alles. Aber es ging ja jetzt nochmal einigermaßen gut. Natürlich, es war schon nervig, wenn man hier nach Duisburg fahren muss und dann die Bahn kommt nicht, kommt zu spät und dann kommt man deswegen zu spät. Also natürlich hat das für uns auch Folgen, also schon ein bisschen nervig. Ja, es geht mir langsam auf den Sack, aber gut, kann man nichts machen. Ja gut, wir wollen alle ein bisschen mehr im Portemonnaie haben, war ja in den letzten drei Jahren nicht so prickelnd. Man weiß es eben nicht und bei der Temperatur auf dem Bahnsteig zu stehen und zu warten, dass da dann vielleicht doch einer kommt, ist nicht so angenehm. Also nehme ich den bequemeren Weg und fahre mit dem Auto. Das ist das Art Seval. Ja gut. Okay.